Hallo, ich heiße Petra und ich bin die Sprachassistentin für Deutsch hier an der Escuela Oficial de Idiomas. Ich komme aus Karlstadt, das ist eine kleine Stadt im Norden von Bayern. Und in Deutschland studiere ich Spanisch und Französisch und später möchte ich diese Sprachen unterrichten. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh, hier in Logroño als Assistentin zu arbeiten, weil ich so einerseits Unterrichtserfahrungen sammeln kann und mein Spanisch verbessern kann und natürlich auch einfreue ich mich wahnsinnig, einfach Spanien mit Land und Leuten kennenzulernen. Die Arbeit hier in der Schule macht mir unglaublich viel Spaß, weil die Schüler alle sehr, sehr freundlich sind und sie auch wirklich Lust haben zu lernen. Und auch meine Lehrer sind super nett zu mir und immer sehr hilfsbereit. Allgemein kann ich sagen, dass ich mich in Logroño sehr wohl fühle. Die Stadt ist nicht sehr groß, aber man kann unglaublich viele verschiedene Sachen unternehmen und ganz besonders gefällt mir die Laurel, der spanische Wein und dass die Leute hier so freundlich sind. Hasta luego!